Musik Als Pfarrer in Köln habe ich viele Beerdigungen zu halten gehabt. Beerdigungen ganz unterschiedlicher Art. Verstorben aus sehr unterschiedlichen Milieus und entsprechend waren es auch die Gemeinde, die Menschen, die da zusammenkamen. Man konnte sehen, wer da gestorben ist, aus welchem Milieu er kam. So unterschiedlich das aber war, sie hatten alle immer wieder einige Fragen, die sich durchzogen. Durch die Verschiedenheit hindurch, das war gleich. Das eine, was mich immer wieder erstaunt hat, der Blick auf den Sarg und dann hörte man still, das kann doch nicht alles gewesen sein. Diese Frage war vor allem dann ganz stark nach vorne, wenn das Leben schwer war, wenn das Sterben schwer war. Da schwang Mitleid mit, aber auch Ratlosigkeit. Diese Frage, das kann doch nicht alles gewesen sein, verbannt sich dann aber auch sehr schnell mit der anderen Frage. Zurückgekommen ist doch noch nie jemand. Was wissen wir denn von dem danach? Wissen? Wissen wir wirklich etwas vom Leben und vom Sterben und von der Ewigkeit? Wer ist Gott? Wo ist Gott? Wie können wir ihn uns vorstellen? Das ist nicht einfach. Diese Frage wurde manchmal an mich herangetragen, vorher, wenn wir da zusammenstanden oder auch nachher noch, nach der Beerdigung, wenn ich etwas Zeit hatte. Sagen Sie, zurückgekommen ist doch keiner. Gibt es wirklich Gott? Glauben Sie das? Glauben Sie das wirklich? Und ich merkte, dass diese Frage die Menschen umtrieb. Das war ehrlich. Das war nicht nur Gefühl. Und ich habe dann oft geantwortet, wissen Sie, lassen Sie diese Frage zu. Fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Immer und immer wieder. Stellen Sie sich der Frage und eines Tages werden Sie eine Antwort erhalten. Vielleicht eine stille Gewissheit. Es gibt Gott. Und Sie werden dann vielleicht auch ganz ruhig sagen, und eines Tages werde ich ihn sehen, so wie er ist.